Im Himmel gibt es einen Bahnhof. Vor nicht allzu langer Zeit begann irgendwo da draußen auf dem Meer eine der fantastischsten Geschichten unserer Zeit. Die aufgehende Sonne färbt das Meer rot-golden ein. Kleine Wellen rollen an die Küste, während die ersten Wasservögel ihre Flügel ausbreiten, ist es still um uns herum. Und in einer Welt zwischen Leben und Tod, zwischen Realität und Fantasie, muss da draußen auf dem Meer eine Familie um ihr Überleben kämpfen und dabei erkennen, dass der schönste Weg, der Dunkelheit zu entfliehen, die Liebe ist. Eine Geschichte, die zeigt, dass es im Leben so unglaublich viel mehr gibt, als wir uns tatsächlich vorstellen können. Doch möchte ich hier noch nicht so viel verraten. Im Himmel gibt es einen Bahnhof von Jando. Ab dem 26.04. erhältlich in allen Buchhandlungen, Online-Stores und mit persönlicher Widmung jetzt auch im Jando-Shop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020